Hallo und herzlich Willkommen zurück zu SMITE! Ich bin Mr. Cutter, für euer Let's Playing This Kaninchen und mit dabei ist MAIMI! Hallo! Und Traffi! Und wie MAIMI richtig erkannt hat, spiele ich Ra! Ja! Ra! Wo bist du denn? Weit weg! Ich bin eine Biene! Und du wirst... na... Du weißt es noch nicht nach 22 Uhr. Penetriert. Genau. Du wirst jetzt penetratriert. Warte mal, was kauft man denn? Was kauft man denn? Was kauft man denn? Oh Gott, ich hab keine Ahnung. Im Notfall Damage. Oder Heilung. Heilung? Spiele ich Heiler? Ra? Langsam bin ich mir nicht mehr sicher, ob du das als Joke sagst oder ob du wirklich denkst, ich spiele Ra. Das Lustige ist, du siehst aus wie Ra, steht aber Jäger Cutter Feater. Ja. Hä? Was, MAIMI? Ich... ich hab hier gar nichts. Das ist ein Thema, Amy. Das müssen wir mal machen. Wir müssen einfach die Namen des anderen einfach mal... ...verwenden. Oh, ich hab was im Auge! Endlich. Linse. Gegner! Ja. Hoffentlich nicht. Gott sei Dank, die weit weg. Da ist der Affe. An der Vögel vögeln. Sehr gut. Sehr gut. Wir müssen noch mal Heilung. In die Bagage. Danke Ra. Ich hab ne Ulti. Ich hab ne Ulti. Das ist auch was, Geer. Ulti aus der Base. Zu euch. Ulti ist bereit! Okay. 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 I'm on my way. Die Ra Ult kommt aus der Luft. Oh Gott. In die Zeus Ult. Haben wir Zeus? Ne. Die haben ein Zeus. Du sollst aufpassen, Mann! Ich hab ihn gesloat! Mehr kann ich nicht. Reicht nicht. Hinter dir. Ja. Hinter mir ist mir völlig wurscht. Vor mir ist wichtig. Mein Gott, ich liebe unsere Belonar. Sind sie heiraten? Ne, Trapi darf nicht heiraten. Was? Ist das religiös bedingt? Was hab ich jetzt einfach so beschlossen? Einfach voll das Dream Team, die Belonar. Ich sag's ja doch mal. Heirate sie doch! Nein! Hast du ihn heiraten? Heirat macht alles kaputt! Heirat macht alt! Ja, wenn er nur aus Geldkunden gesteuert wird. Heirat macht alt. Oh, töte den! Heirat. Jetzt ist meine Verbindung zu ihr gedisconnectet. Ohhhh. Ohhhh. Kann man aber. Ich hab'n bisschen Heilung. vorполatsch. Be right back! Okay. Be right back! Be right back! Be right back! Be right back! Ja, ja, geht halt! Geht doch schon. Alter. Oh, ein Zeiss. Ja, aber dann kann ich schauen. Ein Schwein. Nee, ein Tiger. Oh Gott, der hat ja... Warte. Ist gesloten. Geh da nicht rein. Ja, ich hab's doch gesehen. Das war hinter mir. Oh, daneben. Da hab ich mein... Pfff, wegkackt. Mein Wecker? Verkackt. Ich hab mal einen... Kuss, wegkackt. Das ist der Besten. Daneben geknutscht? Mhm. So kriegt man Herpes. Liebe Kinder, wenn man daneben knutscht. Und Corona. Das auch. Au, au, au. Au, au, au. Ja, ja, wir sind dabei. Go on you, wir sind dabei. Ohohoho. Ey, irgendwas... Ey, wir haben heute noch nicht Eimer verloren. Pssst, sag es doch nicht! Doch. Kein Mana mehr. Ich ulter wieder rein. Falls ich mal mit möchte. War nicht. Ja. Punkt. Wo geht's hin? Nein. Cool. Oh Gott. Keiner kommt hinterher. Ja, ich merk das. Oh, da kommt das Pferd. Sehr gut. Sehr schön. Geh, Trapi, geh dahinter. Ich kümmere mich. Ich wollte aber noch an Läxis. Ich habe doch selber meine Bienenstöcke. Na, was? Bienenstöcke. Ist das ein Kugel? Ne, das ist das gleiche wie Birkenstab. Ach ne, das war Bienenstich. Ach, Bienenstich, das ist lecker. Aber aufwendig. Oh, da geht jemand rein. Oh Gott, ich bin ein bisschen... Ey, die Belonna vertraut mir voll. Ey, voll die Ehrenfrau. Ja, die... Die weiß halt, wer hier der gute Heilauf ist. Unser Kuckuckan ist grad sonst wo unterwegs. Ich habe keinen Kuss für dich. Oh ja, ich brauche keinen Kuss. Kattel. Na, wird ganz schön knapp. Ach. Minions sind durch. Ich gehe aber zurück und dann... Wenn ich überhaupt stand für dich. Okay, ja, ich gehe hier auch weg. Okay, ult ich wieder rein. Okay, na, wenn man sie ist hier am Feinden. Ich kann sie nicht alleine lassen. Oh, ich kann sie nicht alleine lassen. Was kauft man denn so mit ihm? Ich kaufe mir auch das. Ja. Oh, ich bin alleine. Okay. Allein, allein. Ich bin eigentlich auch mal zurück. Geh doch. Geh doch nach Hause. Oh, Traffi hat Beirats am Tag bekommen. You are exceptional. You are irreplaceable. Wir werden sich freuen. Es geht ihm runter wie Öl. Ja. Also ich sag mal so, wir müssen das jetzt gewinnen, weil sonst, äh, ist die Liebe. Und so. Wäre ja schon ein bisschen peinlich, ne? Diamanty heal. Nein! So viel heal. Jetzt muss ich gucken, Karl hat jetzt, ist sie gestorben. Die sind halt zu viert. Ja. Ja, das ist jetzt mein Problem, weil... Nein. Das ist nicht dein... ein Antichel. Nee, was ist das denn? Wieso kriege ich weniger Heil? Ich werde dich jetzt runterziehen. Na, Mann, gut, dass du so viel Schaden kriegst. Und Zeugs. Von drei Leuchten. Ich hab auch noch gerade nicht so ganz verstanden, was hier los ist. Geh dir mal Heilung, äh, Mana holen. Mana buff, Travi. Ja? Was ich... Warte mal. Warte, warte, warte. Du hast dich gerade gewundert, warum du nie geheilt hast? Weil du nie die Heilung gedrückt hast? Nein, eben gerade hab ich so gespürt, dass ich gar keine Heilung kriege. Das lag aber daran, dass ich gar keine Heilung gedrückt habe. Ich gehe mal wieder zurück. Die 20 Sekunden, wobei, die geben mir jetzt gleich auf. Vielleicht sind die auch Ehre. So wie wir eben? Ja. Hä? Mein Kuss hat getroffen, aber er wurde nicht gestunt. Warum? Sehr schön. Beel, can you explain it to moi? Nee. Mein Gott. Ich gehe. Ich gehe. Beel, can you explain it to me? For a moment. Friends, behind you. Fly like a beat. Sing like a beat. Weiß nicht genau, wo ich gerade am ehesten hier gebraucht werde. Gar nicht. Oder nützlich sein kann. Oh, jetzt kriege ich ein bisschen Bumbum. Ich gehe mal. Ich gehe mal ganz kurz zurück. So gehe ich. Ich gehe auch. Bye. Au. Be right back. Yeah. Pass bloß aus da vorne, ihr Bienen. Retreat. Was kauft man denn noch so schön da? Wo es denn Schaden ist? Ich gehe ein. Die Belohn hat es extra zurückgelaufen, um wir die nicht zu spielen. Ja, die hat voll auf mich gewartet. Schon ein bisschen süß. Oh, ich kann fliegen. Aber die geben nicht auf. Das muss man ihnen lassen. Beschreif's doch nicht. Wie war Willkommen? Mhm. So. Also, Ganesha steht drinne, wo es doch rum. Ah. Gut. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke. KAUち Ouiis. Tschüss.